Musik Es gibt Leute, die lehnen Dinge ab, weil sie sagen, das steht nicht in der Bibel. Interessanterweise sind es die gleichen Leute, die andererseits eindeutig biblische Dinge auch ablehnen. Sie sagen, das gilt heute nicht mehr. Beispielsweise Dinge wie den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium persönlich weiterzugeben, und zwar in Erweisung des Geistes und der Kraft. Oder der Einsatz von Geistesgaben, Zungenrede, Prophetie, Weissagung und so weiter. Sie sagen, das hat schon alles längst aufgehört und sie lehnen es ab. Sie stellen ihre Dogmen, ihre persönlichen Ansichten, ihre gemeindlichen Lehre eindeutig über das Wort Gottes und sagen, das gilt heute nicht mehr. Und sie haben ein Konstrukt, warum sie wissen, dass das heute nicht mehr gilt. Die Bibel sagt zwar, dass der Herr sich niemals verändert und immer der gleiche ist, aber sie sagen, nein, wir wissen, was Gott heute tut und was er heute nicht tut und das tut er heute nicht mehr. Und das ist eine wirklich sehr üble Sache. Vielleicht kennst du solche Leute oder hast mit ihnen zu tun. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, die Missionsbefehle hat Jesus ja an die Jünger gegeben. Die gelten so für uns heute ja nicht mehr. Nun, das wäre eine traurige Geschichte, denn wenn das nicht gegolten hätte für die Nachfolger der Jünger, dann wäre das Christentum wahrscheinlich im ersten, spätestens im zweiten Jahrhundert eingegangen. Jede Generation hat es natürlich für sich genommen und hat gesagt, ja, wir wollen das Reich Gottes weitertreiben. Wir wollen es voranbringen. Und in Johannes 17 steht es auch. Jesus betet und er sagt, aber nicht für diese allein bitte ich, und damit meint er die Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Alle, alle Nachfolger Jesus sind in diese Befehle, diese Anordnung des Herrn hineingenommen. Wir haben den gleichen Auftrag wie die Jünger. Wir haben das umzusetzen. Wir haben das zu tun, was sie getan haben und zwar in der gleichen Art, wie sie es getan haben. Und ich will dir was sagen. Wenn wir es so tun, wie sie es getan haben, werden wir auch die Resultate haben, die sie gesehen haben. Wir finden in den Evangelien eine ganze Reihe von Missionsbefehlen. Die sind uns wirklich oft belegt. Und da finden wir beispielsweise folgende. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier steht nicht, betet mal drüber. Oder denkt mal drüber nach. Macht mal ein Konzept, ob das vielleicht passen könnte. Nein, hier steht, geht. Geht. Ganz unmissverständlich. Macht was. Und es geht nicht um Mitglieder, Kirchenmitglieder. Es geht nicht um Bekehrte. Es geht um Jünger. Es geht um echte Jüngerschaft. Und unter den Missionsbefehlen in der Bibel gibt es einen, der besonders heraussticht. Markus 16. Der sehr präzise ist. Das gilt für dich und für mich. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Das heißt, wer glaubt, dem werden Zeichen folgen. Wenn Zeichen folgen, ist es ein Erweis, dass du in der richtigen Weise glaubst. So, wenn keine Zeichen folgen, ist es also zumindest schon mal eine Sache, wo du ein Fragezeichen machen kannst. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und dann geht es weiter, später. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Mir ist wichtig, dass du dich nicht von irgendeiner gemeindlichen Tradition, von dem abhalten lässt, was Gott für dich hat. Weißt du, es gibt immer diese Aussagen, das haben wir noch nie so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Das kenne ich nicht, das ist mir fremd, also muss es falsch sein, muss abgelehnt werden. Das beraubt dich von dem, was Gott für dich hat. Gott hat viel mehr für dich. Lass nicht zu, dass irgendwelche Traditionen dich berauben. Lass nicht zu, dass sie dich blockieren, dass sie sich einengen. Du musst hineingehen in das, was der Herr für dich hat. Du musst hineingehen in das, was er für dich hat. Und da kannst du die Bibel nehmen und du streichst bitte nichts weg und sagst, das gilt für heute nicht mehr. Das ist ein völlig unseriöser, unsauberer Umgang mit dem Wort Gottes. Stell nicht irgendwelche Dogmen oder Lehrkonstrukte über die Bibel. Und wenn du verwirrt bist in dem Punkt, dann sag ich dir einfach, nimm dir doch mal die Bibel, lass alles andere weg und lese sie. Lese einfach mal das Neue Testament durch. Schau dir die Missionsbefehle an, schau dir an, wozu der Herr uns beauftragt. Prüfe es selber, lies es selber und bilde dir deine Meinung aufgrund des Wortes Gottes. Und nicht aufgrund von dem, was irgendwer dir sagt, wie du das zu sehen hast. Ich bin sicher, Gott hat mehr für dich.